Also ich habe hier eine Firma und das sind immer 15 Stück, das ist mein N. Also N ist 15, N ist 15 und 2% sind schadhaft. Also P ist 0,02. Und wenn bei den 15 mehr als 2 schadhaft sind, dann wird es nicht berechnet. Die Frage ist, wie viel Prozent der umberechnet. Das heißt also P von K mehr als 2, also größer 2, das ist gesucht. Und das ist ja 1 minus P von K kleiner gleich 2. Also das ist 1 minus F15, 0,022, also so eine BNPK-Geschichte. Und fertig, das was da rauskommt, das ist es dann.